Was geht ab Leute? Ich bin Hakim. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Nizza. Der ist bis eben gerade auf dem Fotoshoot gewesen, hat mich angerufen und hat mir halt Bescheid gesagt, dass ich ihn jetzt abholen kann. Ich werde das alles so ein kleines bisschen mitschneiden und ja, seid gespannt und ja, gebt euch das auf jeden Fall. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Travold hast'n Scheiß gegen dich. Ja, das macht halbzeitmäßig jetzt auch das Motto halt. Alles cool, alles cool. Männliche Kleidung erfordert männliches Fahrzeug. Jetzt geht's los. Ey, aber stell dir mal den Sitz richtig ein, sodass es gerade cool ist für dich. Alter, du liegst ja richtig drin. Ja, die Lehne geht elektrisch. Kennst du bestimmt aus deinem Peugeot? Nein. Wo denn? Warte mal, warte mal, warte mal. Schmeiß mal den Motor an. Schmeiß mal den Motor an, Bruder. Irgendwas drücken? Kupplung? Dreh mal, dreh mal. So Leute, was geht ab? Endlich haben wir unser Kaffee. So, wir chillen jetzt hier auf dem Parkplatz im Fallersleben. Trinken unser Kaffee in aller Ruhe. Nisi wollte heute noch zum Fußball gehen. Und ja, wir haben gedacht, vielleicht kommen wir vorher noch ein bisschen Kaffee zusammen trinken, ein bisschen quatschen und so weiter. Aber übrigens, ich gehe gar nicht zum Fußball heute. Gehst du nicht zum Fußball? Kein Heimspiel heute, heute auswärts. Ah, also kommst du zuhause? Ich will pünktlich wie immer zuhause sein und mir Sky reinziehen, Mann. Ach was, okay, mit wem guckst du denn? Alleine. Ich dachte, jetzt zählst du fünf Namen auf. Ganz alleine. Jetzt wäre dieser Zeitpunkt, wo eine ganz traurige Musik kommen würde. Alleine. Er ist ganz alleine. Ach Mann, Alter. So ist das halt, ne? Ey, jetzt ist genau eine Woche vergangen, wo wir das Video gedreht haben, ne? Richtig geil, Mann, Alter. Alter, Props an AVZ, Alter. AVZ, wirklich. Top drei Videoproduzenten, die ich persönlich kenne, so unter den Top dreien gehört der so. Ich habe erst eine Minute gesehen. Wie gesagt, vom jetzigen Standpunkt aus. Aber, Alter, du hast das ja auch gesehen, Mann. Sehr gut, ohne Witz. Was soll man dazu sagen? Das ist einfach ein Meisterwerk. Ich meine, wir haben uns auch gut um Sachen gekümmert. Das muss ich auch sagen, Alter. Er hatte quasi auch wirklich Szenen. Wir haben ihm alles geliefert. So, alles. Sei es Lena Hart. Auch schöne Grüße an Lena Hart, Alter. So eine Topfrau. Die hilft mir immer bei so einem Videos und alles so. Und was will man mehr? Die ganzen Homies sind am Start. So, wir haben wirklich einen sehr, sehr coolen Drehtag gehabt. Das hat echt Spaß gemacht, ohne Witz. Ja, Mann, das Video wird alles zerschlagen. So, ihr habt ja den Trailer gesehen, ne. Wir haben Marcel Littau dabei gehabt, Profiboxer. Profiboxer aus Gefahren, Alter. Danke, Marcel, dass du gekommen bist, Mann. Das war auch cool von dir, so. Wir können echt jeden grüßen, Alter, gerade. Es haben so viele mitgewirkt diesmal. Kann man gar nicht alle Namen gerade nennen, ne. Das tut mir auch immer wohl leid. Ich werde den alten Nizza wieder auspacken, Punchlines machen, aggressive Stimme, alles. Und, äh, ja. Bruder, du hast da selber, du warst einer von denen, die haben mir alle so ein geiles Feedback gegeben. Alle so, ey, Bruder, mach wieder so eine Mucke. Und, ey, es hat so einen Spaß auch wieder gemacht, sich so am Mic auszulassen und da Videodreh und alles. Ja, wer Nizza ja vom Frühjahr kennt, der weiß ja, dass er auch flexen kann. Und die letzten ganzen Songs war ja alles so, sag ich mal so, mehr Trap, ja. Nicht jeder fährt darauf ab. Aber, äh, man hat jetzt auf jeden Fall wieder gemerkt, dass, ähm, dieses Battle Rap oder dieses Flexen, das ist einfach sein. Aber apropos, äh, Trap, das Album, was 2018 kommt, ne. Ja, das ist aber alles Trap, ne. Das ist alles Trap, aber es ist so eine andere Art von Trap auf jeden Fall. Da haben sich MT Imperator und ich, wir haben uns da schon ein bisschen was bei gedacht, auch Beats so ein bisschen anders gebaut. Wir nennen das so ein bisschen Mystic Trap. Man wird das dann hören so halt, ne. Und das ist dann das letzte erstmal, was von mir kommt in dieser, in diesem Genre, bevor ich dann wieder komplett ins, äh, in Battle Rap abgehe, so, ne. Ja, und das wird auf jeden Fall 2018 kommen. Ey, hast du das eigentlich mitgekriegt, dass die, äh, Lufthansa und Air Berlin, dass die zusammengestoßen sind? Zusammen jetzt, weil Air Berlin Pleite gemacht hat. Ja, ich hab einen Arbeitskollegen, ne, ohne Witz, der meint das ernst, ne. Der behauptet, am Himmel oben gilt auch rechts vor links. Und deswegen sind die zusammengestoßen. Ohne Scheiß, Alter. Kreisverkehr. Standest du oben noch nie am Stoppschild? Schmeckt dir der Kaffee eigentlich vom McDonalds? Ja, ist in Ordnung. Ich find den auch ganz okay. Aber ganz ehrlich, Alter, wenn ich den morgens früh trinke, krieg ich manchmal Soap drin. Echt? Ich? Durchfall. Geht's auch schon? Nein, das ist doch Spaß. Kann ja sein, Alter. Ist aber eigentlich Bohnenkaffee, ne. Kannst du gleich wieder den, den leeren Dings wieder drunter halten, Alter. Schmeckt ganz genau so dann. Nein, nein, nein. Farbe ist sogar die gleiche, Alter. Und genauso warm. Kennst du das noch von Sammy Deluxe? Schon uhrlange her. Da hab ich noch Sammy Deluxe gehört, Alter. Nenn mich den... So lange kann das gar nicht her sein, ne. Vorletzte Woche Donnerstag. Scheiße. Ich hab noch so'n All-Star-Album mit Curse und Sammy Deluxe. Ja, auf jeden Fall. Er hat aber ne geile Line gehabt, Alter. Nenn mich den Mac ohne Donald, den King ohne Burger. So, wir haben unser Kaffee ausgetrunken. Nizza möchte jetzt unbedingt nach Hause, weil er bald Anpfiff ist und er darf natürlich kein Spiel verpassen als echter Brausburger. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen entertaint. Lasst mal auf jeden Fall ein Like da. Von mir aus schreibt in den Kommentaren, ob ein bisschen mehr noch kommen soll von uns. Auf jeden Fall würde uns das mal interessieren, weil wir würden auch gerne weiter liefern, ne. Du musst ja nur sagen so. Dann liefern wir weiter auf jeden Fall. Ja, alles klar, Mann, Alter. Dann haut da Rin. Hallo, wir hätten gerne zwei Kaffee und jeweils zweimal Milch. Drei kleine Kaffee? Zwei. Aber klein, ja? Ja, und extra stark, wir sind sehr müde.